Hier ist VWizard The Channel. In diesem Video zeigen wir dir, wie du Audible-Hörbücher auf dem MP3-Player anhörst. Bevor du beginnst, bereitest du VWizard AAX-Converter und einen Computer vor. Öffne zuerst den VWizard Audible-Converter und klickst auf Dateien hinzufügen, um AAX-Dateien zu importieren. Oder du kannst direkt diese Audible-Dateien zu VWizard ziehen. Gehe unten links zum Format und wähle hier ein gewünschtes Format. Hier kannst du bei Bedarf die Kanäle Bitrate, Abtastrate und Codec auswählen. Neben dem Titel klickst du auf Bearbeiten, um ein großes Hörbuch aufzuteilen, Geschwindigkeit anzupassen oder ID 3 tags zu bearbeiten. Alles ist abgeschlossen. Nun klickst du unten rechts auf Konvertieren in der Hauptfläche. Nach einer Weile werden diese Audible-Dateien mit gängigen Formaten auf dem lokalen Computer gespeichert. In der Schaltfläche, Konvertiert, kannst du sie geladenen Hörbücher finden. Jetzt kannst du nach deinem Bedürfnis alle geladenen Audible-Dateien auf ihren MP3-Player für die Offline-Wiedergabe übertragen. Wenn du möchtest, kannst du diese Audible-Hörbücher auf ein anderes Gerät übertragen und wiedergeben. Danke fürs Zuschauen.